Ja. Tch, Männer. Nein, nein, ich hab die Berge gemeint. Ehrlich. Ja, alles klar. Wir sind leise. Wo willst du denn hin? Geht der gar nicht hier rüber? Oh. Wer fehlt noch? Der letzte Truck ist nicht angekommen. Kaltet die Augen offen. Kaltet die Augen offen. Ja, lernt gleich fliegen. Und? Aber Waffen haben wir ja. Waffen müssen wir ja noch haben. Wo sind denn alle? Sie sind bei Lazarevich. Er hat den alten... Ich schätze mal, wir sollten nicht so viel Aufmerksamkeit auf uns lenken. ... 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 das halten soll, eigentlich, normalerweise, realistisch gesehen. Naja, gut. Oh, fuck, wer bin ich hier reingerannt, ich bin Idiot. Sehr gut, du trieb mit dein Maschinengewehr. Na, warte mal. Okay. Das war jetzt, also, das hat, oh. Diese Laserscheiße. Nee. Wo ist der? Okay. Komm, jungen. Ja, gut. Meine Fresse. Das ist also das Maschinengewehr. Das ist eigentlich auch dämlich, oder? Einmal zwei? Nee, das ist Schrottscheiß jetzt auch mal eigentlich schlecht. Die hat doch das Maschinengewehr schon ausgeschaltet. Beste? Nee. Okay. Nein! Wer trifft denn mich hier auch? Oh, das tat bestimmt weh. Boah, das schwitzt hier um. Du bist tot! Mit Deckung! Du bist tot! Warte dir mal, Gerr! Gut. Gut. Eh! Wie ist das? Du! 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 Ich bin! Oh! Du! Du! So, kannst du Stingers nehmen? Du kriegst ne volle Packung. Uh! Hä? Oh ne, wieder hier! Die sind da oben alle noch... Oh, die sind alle wieder da! Geh ich gleich hier hin! Boah! Scheiße! Du! Du! Stech! Baup. Du! 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 Das ist doch so ein... ... Das war's für heute. Der! Der! Scheiße! Raus! 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 Da! Verdammt! Sehr gut! Los, weiter! Oh? Gib mir Deckung! Los, los! Wie denn Deckung? Geh an das Maschinengewehr! Der, die der Wettbewerbe! Ha! Ups! Scheiße! Los, los! Ich darf nicht so viel verplauzen. Alter, was ist mit dem verkehrt? Sehr schön! Wie haben wir von dem nur sechs denn? Wer halten die? Wir kriegen die Tür nur zusammen auf. Kein Problem. Komm gleich, ich guck bloß nochmal, ob wir ein bisschen was finden hier. Schrodi, ne Schrodi. Wo sind die eigentlich von hier gekommen? Ich halte fest! Du zuerst! Okay. Jibbi! Das war knapp! Aber gut! Da geht's tief runter. Dieser Balken ist wohl der einzige Weg rüber. Ich glaub, da unten ist ein Seil. Okay, warte. Ich geh runter und werf's dir hoch. Wo ist ein Seil? Ich geh runter und werf's dir hoch. Ich geh runter und werf's dir hoch. Was ist das? Ich geh runter und werf's dir hoch. Ich geh runter und werf's dir hoch. Ich hab's. Ich hab's. Okay, mir nacht. Wo willst du denn hin? Setz ihn mal hier rüber. Schaffst du das auch? Du Scheiße. Okay. Ich hab dich. So. Ganz leicht. So. Was will mir diese Figur hier sagen? Geht's dort oben weiter? Schieben am Ende. Schieben. Okay. Hier rüber. Okay. Los, hilf mir. Wir drücken mal. Genau. Einfach mal schlau im Leben. Schlau im Leben. Vorsichtig. Wer weiß, wie alt die Bretter sind. Dreh ins Krach ab. Hey, ich hab ein Seil. Wir sind oben. Wir sind oben. Komm, wir müssen uns beeilen. Warum geht es hier auch rüber? Egal. Wie sagt, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Und wir müssen uns beeilen. Wie macht das? Verschlossen. Unmöglich, hier durchzukommen. Okay. Ich suche einen anderen Weg. Von der anderen Seite. Du wartest. Sei aber bitte leise. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Leise. Okay. Geht klar. Wenn die das schon so betont, geht es da völlig in die Hose wieder. So, wir müssen jetzt einen anderen Weg suchen. Hm. Hm. Ich sehe schon was. Hier rüber dann. Und hoch. Oh Gott. Oh Gott. Oh, jetzt ist diese waktische Steuerung dazu. Können wir hier rüberspringen? Oh, hier ist er wieder eh noch. Oh, Mist. Leise. Ja, das ist scheiße. Aber warum hat es denn angezeigt, dass ich dort hochklattern kann und dann kann ich es auf jeden Fall nicht? Oh Mist. Leise. Oh. Was? Was? Aber sonst würde der doch nicht so... Aha. Okay. So, da habe ich euch. Ah. Da oben. Was? Ja. Und wo schiesst ihr? Ihr seht mich gar nicht. Nee. Er versteckt dich. Nee. Du rechtskerl. Hä? Wo? Muss ja vielleicht hier irgendwo gekommen sein. Findet ihn. Ja, kommt mal hoch. Komm doch mal ein Stück vor, ich sehe dich nicht. Äh, von wo schießen denn die? Er versteckt sich. Scheucht ihn raus. Die Frage ist ja eigentlich auch, wo ich da hin muss. Los. Los. Jakt ihn. Aуah. Los. Jakt ihn. Sie explodiert. Ah, schlopft noch nicht schlecht. ich hab nichts Mensch komm raus jetzt hier setz dir mal Ruhe wo muss ich jetzt ja ich kann eigentlich ich kann eigentlich nur hier rüber er versteht sich scheucht ihn raus er ist hier irgendwo nee nee dort geht es nicht hin wo muss ich dann hin es ist doch ich glaube nicht wo durchsucht das Gebiet jagt ihn raus wir werden sehen oh nee es ist meine Deckung weg es ist aus es ist vorbei es ist vorbei ich muss doch bestimmt wo muss ich denn jetzt hier lang am Ende hier runter so 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 es geht so jetzt haben wir erstmal mit der Munition hier eindecken ich muss dann nur hau durchsucht das ganze Gebiet keine Ruhe von ihm oh was denn du sollst ja durchgehen oh ich glaube das wollen die gar nicht die wollen glaube ich nicht dass ich schon durchgehe die wollen glaube ich was wollen die was wollen die durchsucht das Gebiet die müssen auch durchsucht doch nehm ich mir ne Schrotflinte mit wir kommen jetzt mit der ganz gut nicht gerade leise das dem kerl mit der panzerfaust so vorsicht 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 wir machen mal kurz cut